Musik Möchte jemand von euch einen Smoothie? Nein, danke. Ich auch nicht. Hm, dann halt nicht. Familie, ich habe etwas zu verkünden. Was ist denn, Papa? Ich habe uns ein Ferienhaus im Süden gebucht. Wir fahren in den Urlaub. Was? Wie cool. Und was richtig gut ist, wir haben einen eigenen Pool. Juppie. Urlaub, wie schön. Und das Beste ist, wir fahren schon in zwei Tagen los. Was? In zwei Tagen schon? Dann muss ich packen. So schnell, das ist ja mega. Juhu. Komm, Greta, lass uns unsere Sachen packen. Ja, komm, Anna. Oh Gott, ich muss ja noch so viel Wäsche machen. Ach, herrlich, wie schnell man seine Ruhe haben und das Fußballspiel ansehen kann. Zwei Tage später. Endlich Urlaub, ich freue mich so. Na, ein wenig warten müsst ihr schon noch. Die Fahrt wird etwas dauern. Egal. Hauptsache, wir sind am Meer und haben einen Pool. Hier, Papa, unsere Koffer. Sehr gut, viel Platz haben wir aber nicht mehr. Und rauf mit dir. Jetzt noch dein, Greta. Oh, Greta, was hast du denn in deinem Koffer? Steine? Hihi. Nein, Papa, nur Spielsachen. Die brauche ich doch im Urlaub. So, wenn ihr noch was braucht, dann müsst ihr mir das jetzt geben. Danach mache ich das Auto zu. Du hast das Schwimmtier vergessen. Oh ja, du hast recht. So, los geht's. Ich bin ja mal gespannt, wie lange wir brauchen werden. Sind wir bald da? Nein, Spatze, wir sind doch erst losgefahren. Das dauert noch. Mama, ich hab Hunger. Hast du was zu essen dabei? Ja klar, ich hab Brote und Muffins. Oh, darf ich einen Muffin haben? Aber nicht in meinem Auto, dann hab ich die ganzen Krümel drin. Ich halte gleich mal an, dann können wir eine kleine Rast machen. Ha, hier ist auch gleich ein Parkplatz. Hier können wir eine Pause machen. Fahr da mal kurz drauf. Hier ist es doch ganz schön. Los Mädels, streckt euch mal und vertreten euch die Füße. Die Fahrt ist noch lang. Kommt mal was essen. Hm, hab ich einen Kulder. Der Muffin ist ja köstlich. So, alle fertig? Ja. Dann wollen wir mal weiter. Alles drin? Ja. Hey, der spinnt ja wohl. Der hat uns zugeparkt mit seinem langen Anhänger. Fegt dich nicht auf. Sag ihm das doch. Der fährt bestimmt weg. Hey, sieh da. Hey, yo, was geht? Sie haben uns zugeparkt. Könnten Sie sich woanders hinstellen, bitte? Ach, regt euch nicht auf. Ich will nur kurz für kleine Surfer. Bin gleich wieder da. So eine Unverschämtheit, wie kann man nur so dreist sein? Manche Menschen haben wirklich keinen Anstand. Aber das wird ja wohl nicht so lange dauern. So, fertig. Na, das wird doch Zeit. Wegen Ihnen haben wir wertvolle Minuten verloren. Chill mal. Meine Güte, gibt es Leute. Regt dich nicht auf. Es lohnt sich nicht. Oh, ich muss tanken. Da ist kaum noch was drin. Dann halte doch an der nächsten Tankstelle. Ja, das mache ich. So, einmal voll tanken. Hm, die Scheiben könnte ich bei dieser Gelegenheit auch mal wieder sauber machen. Ach nee, mein alter Freund. Na, der hat mir noch gefehlt. Und schon wieder steht er mit seinem blöden Anhänger im Weg. Jetzt schnell zahlen. Hey, zur Seite, ich hab's eilig. Ich auch. Stell dich schön hinten an, du Surferboy, du. Wieso so unentspannt? Hast du gesehen, wer neben uns getankt hat? Ja, habe ich. Der komische Typ vom Parkplatz. Ganz genau der. Ich hatte schon Angst, dass ihr euch die Köpfe einschlagt. Wir doch nicht. Wir sind doch erwachsene Männer. So, so. Irgendwie stimmt mit unserem Auto was nicht. Was meinst du? Er zieht überhaupt nicht mehr, als ob einer das Auto hinten festhält. Ganz komisch. Naja, es geht ja auch ganz schön steil bergauf hier. Vielleicht liegt das daran. Hm. Das wird schon nicht sein. Hey Anna, ist Greta eingeschlafen? Ja. Wir fahren gleich durch die Brennermautstelle und die beiden verschlafen hier alles. Mensch, da qualmt aber jemand hinter mir. Der Arme. Echt? Was ist das denn? Das sind ja wir. Viktoria, unser Auto qualmt. Was? Unser Auto brennt? Alle raus hier. Bist du verrückt? Wir sind hier mitten auf der Autobahn. Ich stelle den Motor ab. Wir müssen hier raus, Peter. Ja, aber wir können hier nicht mitten auf der Fahrbahn stehen bleiben. Wir fahren durch die Mautstelle und halten dort hinten gleich an. Das hat uns jetzt noch gefehlt. Was ist denn mit unserem Auto? Keine Ahnung, aber bestimmt nichts Gutes. Das hätten wir geschafft und jetzt schnell ranfahren. Alles aussteigen. Warum müssen wir aussteigen? Unser Auto ist kaputt. Es qualmt. Oh nein! Wir müssen alle Sicherheitswesten anziehen. Was ist denn das für eine komische Weste? Das ist ja richtig kompliziert. Komm her, Greta. Ich helfe dir. Danke, Papa. Na ja, ein bisschen zu groß. Aber besser jetzt nicht. Ich muss ein Warndreieck aufstellen. Dürfst du beim ADAC an? Äh, ja. Mach ich. Wo hab ich denn nur die Nummer? Ach, Mist. Ach, hier. Na, da fängt der Urlaub ja schon gut an. Wir hatten eine Autopanne auf der Autobahn. Wo wir sind? Äh, wo sind wir denn überhaupt? Wir sind doch nicht mehr in Europa. Äh, ich meine Deutschland. Sind wir in Italien, Peter? Wie lange hab ich denn geschlafen? Nein, Viktoria. Wir sind in Österreich. Ach ja, Mensch. Sag das doch gleich. Wir sind in Österreich. Hinter der Brennermautstelle. Unser Auto hat stark gequalmt. Ja, okay. Alles klar. Was sagen Sie? Der ADAC kommt. Wir müssen warten. Kommen wir jetzt nicht mehr in den Urlaub? Na, heute auf jeden Fall nicht. Aber morgen bestimmt. Erstmal müssen wir uns um unser Auto kümmern. Dann sehen wir weiter. Eine Stunde später. Wie lange müssen wir denn warten? Mir ist langweilig. Ich weiß. Aber das kann ich dir nicht genau sagen. Die kommen bestimmt bald. Ist das nicht schon wieder der Typ von vorhin? Ja, genau. Der P von vorhin. Keine Schimpfwörter vor den Kindern. Kurze Zeit später. Der Abschlepper kommt. Na, was haben wir denn hier? Ja, das Auto qualmt die wie verrückt. Vorher hatte er ganz schön Leistungsverlust. Der kam gar nicht den Berg hoch. Na, dann schauen wir mal. Oh, oh. Da ist Öl im Auspuff. Ne, das Auto machen wir heute nicht mehr an. Oh nein. Und nun? Wir sind auf dem Weg in den Urlaub. Wir müssen sie in die nächste Werkstatt abschleppen. Da führt kein Weg drum rum. Was soll ich machen? Weil starten tue ich das Auto jetzt nicht mehr. Dann ist das jetzt so. Und wo fahren wir jetzt mit? Ja, drei Personen müssen in ihrem Fahrzeug sitzen. Eine Person kann zu mir. Dann gehe ich zu dem Mann. Bleibt hier in unserem Auto. Oh Gott, Peter. Wir sollen auf dem Abschleppwagen oben im Auto sitzen? Das ist doch nicht schlimm. Das Auto wird doch festgemacht und gesichert. Keine Panik. Das sagst du so einfach. Kinder, ihr könnt in unser Auto einsteigen. Was? Wir fahren da oben mit. Ja, das machen wir. Und wenn das Auto nicht fest genug gesichert wurde und sich löst? Das passiert schon nicht. Ich habe trotzdem Angst. Brauchst du nicht. Es wird schon alles gut gehen. Das schaukelt aber. Irgendwie ist das voll cool. Ja, ich habe noch nie auf einem Abschleppwagen gesessen. Ich auch nicht, Greta. Ich auch nicht. Oje, oje. Wie geht es jetzt wohl weiter? Wir sind da. Oh, endlich. Wie geht es denn jetzt weiter? Ja, wir müssen uns die Auto anschauen, aber heute geht das nicht mehr. Das müssen wir morgen früh machen. Dann melden wir uns bei Ihnen. Und wo übernachten wir heute Nacht? Wir können ja schlecht im Auto schlafen. Nein, freilich nicht. Ich rufe mal im Hotel an. Die holen sie dann ab und morgen sehen wir dann erstmal weiter. Mama, fahren wir heute etwa nicht mehr weiter? Nein, mein Schatz. Unser Auto muss erstmal repariert werden. Und noch wissen wir gar nicht, was damit ist. Und wie lange das dauert. Oh nein. Und wo schlafen wir heute? Wir werden gleich in ein Hotel gebracht. Dann schlafen wir eine Nacht. Und morgen sehen wir weiter. Eine halbe Stunde später. Ganz schön nostalgisch. Ja. Das Hotel ist aber ganz schön alt. Ja, es ist etwas in die Jahre gekommen. Ich bin nur froh, dass wir irgendwas zum Schlafen gefunden haben und dass es sauber ist. Wo ist mir ziemlich egal. Ist ja nur für eine Nacht. Und morgen fahren wir auf jeden Fall weiter. Puh, davon gehen wir jetzt erstmal aus. Das geht doch. Ja, es ist okay. Am nächsten Morgen. Jetzt heißt es warten, warten und warten. Oh, mein Handy klingelt. Ja, hallo? Ja, okay. Das sind ja keine guten Nachrichten. Oh nein, Mama. Was ist denn los? Ich weiß es auch nicht, Anna. Oh Mann, das ist vielleicht alles saublöd. Was ist denn? Unser Auto muss repariert werden und das Teil dafür muss erst bestellt werden. Das dauert mindestens vier Tage, hat er gesagt. Och, ach nee. Was? Wir müssen vier Tage in diesem Hotel bleiben? Ich will nicht. Nein, Greta. Weil wir im Automobilclub sind, bekommen wir ein Leihauto. Und das holen wir uns jetzt ab. Echt? Dann fahren wir weiter? Ganz genau. Packt ihr schon mal eure Sachen ein. Beim Autoverleih. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Urlaub. Danke. Wartet mit den Koffern hier auf mich. Hallo, Jansen ist mein Name. Ich wollte den Leihwagen abholen. Dann kommen Sie mal mit. Ich zeige es Ihnen. Was? Diese Krücke? Äh, ich meine, dieses alte Auto. Da kriegen wir gar nicht alles rein. Haben Sie nicht ein anderes? Was anderes habe ich nicht. Es ist egal, wie alt das Auto ist. Wir nehmen es. Besser als keins zu haben. Mann, es ist wirklich eine alte und langsame Krücke. Es ist doch jetzt egal. Hör auf, dich zu beschweren. Wir haben keine andere Wahl. Ein paar Stunden später. Wir sind da. Juhu, endlich. Wir sind da. Yeah. Und, habe ich euch zu viel versprochen? Nein, hast du nicht. Das ist hier wirklich schön. Aber wieso steht denn hier ein Auto vor dem Haus? Seltsam. Hm, ist doch egal. Wir wollen jetzt rein. Wir sind total kaputt. Guck mal, Greta. Hier können wir morgens frühstücken. Im Freien. Ja, das ist schön. Und der Pool ist ja mega. Am liebsten würde ich da sofort reinhüpfen. Das glaube ich dir. Aber wir gehen erst mal rein und essen was. Oh, ist das schön hier mit einer Küche und allem, was man so braucht. Was ist denn hier los? Hä? Du, was machst du in meinem Ferienhaus? Bist du uns gefolgt? Bist du hier eingebrochen? Hä, wie bitte soll ich das angestellt haben? Und was heißt denn hier dein Ferienhaus? Das ist mein Ferienhaus. Irgendwie kommst du hier rein. Na, mit dem Schlüssel. Wie man das halt so macht und nicht durchs Fenster wie du. Ich werde dich anzeigen. Das ist ein Buch. Viktoria, gib mir das Handy. Ich werde sofort die Polizei informieren. Halt mal den Ball flach. Ich habe doch einen Schlüssel, du Esel. Sag mal, hast du mich gerade Esel genannt? Ich werde dir zeigen, wer hier der Esel ist. Gut, dann rede ich halt. Also, so wie es aussieht, muss hier ein Missverständnis vorliegen. Oder ein Buchungsfehler. Oder irgendetwas anderes. Aber heute können wir das nicht mehr regeln. Wir müssen wohl oder übel eine Nacht alle hier zusammen übernachten. Niemals. Das ist mein Haus. Nein, nein, das ist meins. Das habe ich gebucht. Was ist hier los, Anna? Keine Ahnung. Jetzt hört auf zu streiten. Wir schlafen heute alle hier. Oder wollt ihr im Auto übernachten? Und morgen klären wir das Ganze. Ehh, basta. Tzü, tzü. Unsere Betten sehen voll gemütlich aus. Ja, da werden wir heute Nacht sehr gut schlafen können. Oh nein, was ist da denn schon wieder los? Ach, die Erwachsenen müssen sich mal wieder streiten. Aber eins ist ja wohl klar. Ja, ich schlafe im Bett und nicht auf dem Boden. Träum weiter. Es gibt hier nur ein großes Bett und das gehört mir. Komm nicht in Frage. Ich war zuerst hier. Das ist doch völlig egal. Schließlich habe ich das Ferienhaus bezahlt. Na, ich auch. Wir haben alle für das Haus bezahlt. Schlaft ihr beiden im Bett? Bitte, ich gehe zu den Kindern. Da schnarcht wenigstens keiner. Wehe, du nimmst mir die Decke weg. Reg dich ab, du. Es ist ganz schön eng hier. Oh Mann, das wird ja eine lustige Nacht. Hoffentlich ist dieser Spuk hier bald zu Ende. Am nächsten Morgen. Komm, Gritta, lass uns in den Pool. Ja, in den Pool. Aber vorher duschen. Jetzt du. Ab ins kühle Nass. Juhu. Das macht so viel Spaß. Guck mal, der Delfin. Der spritzt Wasser. Hihi, das ist voll lustig. Oh Mann, schreiende Kinder im Pool. Genau das wollte ich ja nicht. Habt ihr euch geduscht, bevor ihr ins Wasser gegangen seid? Natürlich haben wir das. Ja, ja, erzählen könnt ihr viel. Jetzt macht mal Platz. Ich möchte ein wenig chillen. Komm, Gritta, wir gehen so lange was essen. Ach, herrlich, diese Ruhe. Hey, verschwinde aus dem Wasser. Jetzt wollte ich mich abkühlen. Vergiss es. Die Luftmatratze gehört hier nicht allein. Spinnst du? Jetzt bin ich dran. Ja, davon träumst du wohl. Das kann ja wohl jetzt nicht wahr sein. Komm Kinder, wir fahren in die Stadt und lassen die Streithähne hier. Gib sie jetzt her. Nein, das ist meine. Na, was meint ihr? Ob die beiden sich vertragen haben? Ich glaube es nicht. Müssen wir uns dann noch länger das Haus mit dem Surfertyp teilen? Nein, ich hoffe nicht. Der Vermieter hat mir versprochen, sich schnellstmöglich darum zu kümmern, dass einer von uns eine neue Unterkunft bekommt. Geh weg mit deinem komischen Fisch. Ich bin zuerst dran. Wie kommst du denn auf die Schnapsidee? Hä? Du Fleischfresser. Ja, ich esse Fleisch. Na und? Und du? Du isst Fisch. Also mach dich vom Acker. Ich denke gar nicht daran. Oh Mann, ich höre sie schon wieder. Das ist ein Albtraum. Ah, bitte, bitte. Keinen Streit. Ich habe eine Lösung gefunden. Ah, wie schön. Und wie sieht die aus? Also ein zweites Ferienhaus haben wir leider nicht. Aber wir haben ein neues Hotel direkt an dem Strand. Da haben wir ein Zimmer frei. Tut uns wirklich leid, dass dieser Fehler passiert ist. Ne, ein Hotel kommt für uns nicht in Frage. Wir haben ein Ferienhaus gemietet. Ich will auch in kein Hotel. Äh, meine Seniors. Wir haben leider kein zweites Ferienhaus. Pst, ist mir egal. Wir nehmen das Hotel. Aber Viktoria. Der Klügere gibt nach, Peter. Ja, okay, du hast recht. Wir nehmen das Hotel. Oh, Senor, Sie werden es nicht bereuen. Ich verspreche es Ihnen. Das ist ja mega cool hier. Wow. Nicht übel. Gar nicht übel. Nicht übel? Das ist das beste Hotel, das ich je gesehen habe. Herzlich willkommen in unserem Beach Hotel. Vielen Dank. Wie ist denn Ihr Name? Wir sind Familie Jansen. Ah, wen haben wir denn da? Familie Hansen. Nein, Jansen. Ah, sorry, Jansen. Sie bekommen das beste Zimmer für die ganze Zeit hier in unserem Hotel. Als kleine Wiedergutmachung für die ganzen Unannehmlichkeiten. Oh, das ist aber schön. Die Nummer 17 wird Ihnen gefallen. Kommen Sie, ich zeige Ihnen alles. Sehr gerne. Das hier ist Ihr Apartment. Ey, wie cool. Wir haben sogar einen eigenen Pool mit Rutsche. Si, si, Senora. Einen eigenen Pool mit eigener Rutsche. Wahnsinn, das habe ich ja noch nie gesehen. Und das wird mein Lieblingsplatz hier. Da sehe ich mich mit einem schönen Buch. Herrlich. Und wir sind direkt am Strand. Ist das nicht toll? Das ist super toll und traumhaft schön. Ah! Oh, was ist denn los? Da ist eine Riesenspinne. Was? Eine Spinne? Eine Spinne? Wo denn? Wo ist Spinne? Na, da. Ach, das ist unsere Letizia. Die wohnt hier, aber sie ist nicht gefährlich. Äh, ich habe furchtbare Angst vor Spinnen. Na, wenn Sie solche Angst haben, werde ich Sie in ein Terrarium sperren. Keine Sorge, Madame. Ist gut. Und ins Haus kann Sie auf keinen Fall reinkommen, oder? Nein, nein. Seien Sie unbesorgt. Treten Sie ein. Cool, ein Stockbett. Ich will oben schlafen. Nein, ich. Kinder, das klären wir gleich. Das ist sehr schön hier. Ein bisschen eng, aber trotzdem schön. Das freute mich. Wir sind doch nur zum Schlafen hier. So viel Platz brauchen wir gar nicht. Und das Badezimmer gefällt mir sehr gut. Und von hier oben können wir runterrutschen. Das ist mega cool. Und wir haben noch etwas Besonderes. Sie können wählen. Was in den Pool haben möchten, gerne. Wie? Im Pool ist doch Wasser. Was soll denn da sonst noch rein? Ja, Sie können wählen. Zwischen Schleim, Badeperlen, Blubberkugeln oder Fanta. Echt? Das finde ich super toll. Können wir das gleich machen, Mama? Bitte. Von mir aus? Juhu. Aber zieht euch vorher die Badeanzüge an. Machen wir, Mama. Ein paar Minuten später. Hallo, hier ist Apartment Nummer 17. Wir würden gerne Badeperlen für den Pool bestellen. Ja, danke. Und? Das hat geklappt. Die Perlen kommen gleich. Oh, ihr seid schon umgezogen. Ja, wir wollen gleich in den Pool. Wir haben schon Badeperlen bestellt. Ach was. Na, das muss ich mir gleich anschauen. Dann ziehe ich mich auch schnell um. Währenddessen sucht der Manager seine Spinne. Laetitia, wo hast du dich versteckt? Komm her. Leti, nun los. Komm schon raus. Du verschreckst unsere Hotelgäste. Komm schon. Komm raus. Wo ist sie nur? Ich habe doch schon alles abgesucht. Komm, komm. Komm zu Papa. Komm nach Hause. Das gibt es doch gar nicht. Wo kann sie nur sein? Ja, ja. Ich bin sofort da. Hm. Muss ich gleich weitersuchen. Vielleicht ist sie auch schon nach Hause gelaufen. Los geht's. Die Kugeln kommen. Das sieht ja total cool aus. Wow. So viele Kugeln. Das hört ja gar nicht mehr auf. Ich bin gespannt, wie es da ist, reinzurutschen. Das will ich gleich ausprobieren. Ha, das werde ich auch gleich ausprobieren. Ich bin auch schon ganz schön gespannt. Und jetzt nichts wie rein in die Kugeln. Juhu. Ich komme auch. Aus dem Weg. Wow, ist das ein cooles Gefühl. Ja, macht total Spaß. Hey Mädels, macht mal Platz. Der Papa kommt auch hinterher. Los Papa, das ist total lustig. Juppie, ich komme. Du warst aber schnell. Na, ihr habt Spaß, was? Du hast aber ein schickes Sommerkleid, Mama. Danke, Greta. Los, Mama, komm auch rein. Später vielleicht. Jetzt wollte ich erst mal mein Buch lesen und dem Meeresrauschen zuhören. Du verpasst aber was. Ich komme später rein. Nee, ne? Das ist jetzt nicht wahr. Bleib mir vom Leib. Hey Mama, hast du deine Meinung geändert? Na toll, mein schönes Kleid. Ich wurde gezwungen. Von wem denn? Na, von Letizia, der Spinne. Ach was, hat die sich in unsere Auslichtsplattform geschlichen? Sieht ganz danach aus. Letizia, Letizia, komme doch endlich raus. Es ist nicht witzig. Herr Direktor, die sitzt da oben. Ach, da hätte ich gleich drauf kommen können. Sie liebt die Badeperlen. Sagen Sie nicht, dass sie gleich runterrutscht. Das kann schon sein. Was? Ah! Was habt ihr denn? Es ist doch nur eine kleine Spinne, die ein bisschen Spaß haben will. Habe ich dich, du kleine Ausreißerin. Jetzt kommst du mit nach Hause. Was fällt dir ein, unsere Gäste so zu erschrecken? Letizia, jetzt kriegst du erst mal Hausarrest. Was? Eine Spinne bekommt Hausarrest? Sowas habe ich auch noch nie erlebt. Na, jetzt kann ich beruhigt schlafen. Ist sie ihr Haustier? Ja, das ist sie. Und sie ist total verschmust. Magst du sie mal streicheln? Ist sie nicht gefährlich? Nein, überhaupt nicht. Tut gar nichts. Okay, ich versuch's. Oh Mann, Greta, bist du mutig. Sie ist ja ganz weich. Mama, und sie tut doch nichts. Ach, ich mag trotzdem keine Spinnen. Also ich schon. Und Letizia ist auch ein wirklich schöner Name für eine Spinne. Und sie ist ja schon pelzig. Hallo, liebe Playmobil-Fans. Ich bin's, eure Anna. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben geben würdet. Und wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann könnt ihr auch gerne unseren Kanal da unten abonnieren. Ich werde hier jetzt noch einen Megaspaß in diesen Perlen haben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschalten würdet. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Äh, oh Letizia, du möchtest jetzt aber nicht mitbaden. Also ein bisschen Angst habe ich dann doch vor dir. Ach so, wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt, dann gebt mir ein geheimes Zeichen. Und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Dann weiß ich Bescheid. Tschüss. 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 Vielen Dank.